Die Tennisplätze Steinbrunn-Zillingtal liegen in der Nähe des Steinbrunner See, mitten in grüner Umgebung. Die Anlage umfasst acht top-gepflegte Sandplätze im Freien. Pro Tennis Akademie Jordanov bietet die Möglichkeit, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Tennis-Spieler aus der ganzen Welt unter hochprofessionellen Bedingungen zu trainieren. Hallo, ich bin Manchi Jordanov, willkommen in Pro Tennis Akademie Jordanov. Das professionelle Trainingsprogramm bietet nicht nur die Möglichkeit, Spieler optimal auf ihre Karriere als LTP- bzw. WTA-Spieler vorzubereiten, sondern auch die Technik, Taktik oder die mentale Stärke von Hobby-Tennis-Spielern zu verbessern. Alle unsere Trainer haben eine PTR USA Zertifizierung. Egal ob jung oder alt, Mann oder Frau, ein jeder ist bei uns herzlich willkommen in der Pro Tennis Akademie Jordanov. Beschütze dich, beschütze mich. Schatten Sie ab, schatten Sie ab und bleiben Sie gesund. ったzufriedenw people noch nicht nur noch älter sind. forumsst year ministry digital Translator rina SAP show im